Sankt Martin steht vor der Tür. Hi. Boah, was macht denn ihr Schönes? Wir basteln eine Laterne für die Emma. Cool. Und was wird das für eine Laterne? Ein Hasi. Boah, toll. Aber weißt du was? Wir brauchen noch ein Schwänzchen. Kannst du uns eine Schablone malen? Ähm, klar. Danke. Aber kann ich noch gleich springen, ne? Dann ist es mit dir. Beth, bitteschön. Danke.